Wow! Moin moin! Ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Am Pfingstmontag bin ich nach Wilhelmshaven gefahren, um Itsniko auf der Arbeit zu besuchen. Eigentlich wollte ich an diesem Tag einen Vlog drehen, doch leider sind nur wenige Szenen entstanden. Diese wenigen Szenen möchte ich euch dennoch nicht vorenthalten. Und ohne weitere große Worte zu verlieren, würde ich jetzt mal sagen, Video Start kommt! Plagt die Cops in Moor! Plagt die Cops im Moor! So, ich laufe jetzt zu Fuß vom Wilhelmshavener Hauptbahnhof zum Arbeitsort von Itsniko. Zum Glück ist es nicht weit. Google sagt 15 Minuten Fußweg. Der Weg sieht sich echt wie Kaugummi. Aber immerhin kann ich jetzt ein bisschen laufen. Ich saß eben gerade anderthalb Stunden in einem Ersatzverkehrsbus, weil die Bahn nach Wilhelmshaven nicht gefahren ist. Das war echt eine Tortur, das sage ich euch. So, jetzt Nico habe ich gerade auf der Arbeit besucht. Leider konnte ich da nicht filmen, weil viel zu viel los war. Eine Stunde habe ich dort verbracht. Jetzt trainiert gerade jetzt Nico. Und nun warte ich, bis er mit seinem Training fertig ist. Und dann werde ich noch ein bisschen mit ihm hier chillen im Wilhelmshaven, bevor ich dann wieder zurück nach Hamburg fahre. Aber echt schade, dass ich ihn nicht auf der Arbeit filmen konnte. So, ich habe hier jetzt Nico vor der Kamera. Er ist so gestört, er fährt viereinhalb Stunden. Was heißt gestört, das ist korrekt auf jeden Fall. Und dann hat er mich auf der Arbeit überrascht. Ja, hat mich gefreut, korrekt. Und dann hast du, wie gesagt, einen Like dauernd Follower. So, ich bin jetzt gerade am Bremer Hauptbahnhof und muss über eine Stunde auf meinen Anschlusszug warten. Wenigstens ist es schon warm. So, drei Tage später und ich komme erst jetzt dazu, ein Outro zu drehen. Das war es jetzt auch von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. W-O-O-O-O-O!